Das hat besser geklappt als erwartet. Das hat überhaupt geklappt. Ah, guck mal, hier geht's auch noch weiter. Steinen. Ich muss zuerst ins Büro des Jokers. Batman. Werde ich gleich wissen, wie krank er ist. Au. Das, äh, ja. Der hat nur einen Arm. Oh, ist der groß. Der ist ganz schön groß, der Junge. Für dich ist Batman. Du stirbst hier mit Geburt. Hey Batman, hast du dich besser durch Geburt? Au. Alter Finne. Springmann. Was sehen wir denn alle? Äh, ja, tanzt du mal. Mach mal das Tanzen mal richtig. Na komm. Na komm schon. Komm her. Ich werd dich begraben. Au. Wer auf die Seite geht ihr zu Boden. Wie will ich immer. Hallo, wie krieg ich denn denn? Hahahaha. Hahahaha. Au. Habe ich irgendwo verschenken? Alter Finne. Mein Jungs werden dich finden und ordentlich so sauber machen. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Wie heißt der? Abramovici. Wie kann man den denn alle machen? Hahahaha. 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 Alter, ich schreck mich doch mal Junge ey. Hm. Scheiße. Weg, weg, weg. Hahahaha. 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 Was ist die scheiß Explosion denn? Das interessiert ihn gar nicht. Wie es aussieht. Kacke. Ich krieg den den Tod. Ich kann ja hier ewig jetzt drauf rumballern. War da am Anfang mal gar nichts geringt. Wie kann ich den denn ab? Wie kann ich den denn fertig machen? Hahahaha. 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 Au. Warte mal. Ich hab doch ne Idee. Ich hab doch vorhin Batarang entwaffnen gelernt, ne? Was offensichtlich nix bringt. Ah. Okay. Ich muss nur oft genug drauf rumkloppen. Alles klar. Der hat gar keine Lebensanzeige mehr, sonst scheiße. Och, Harley. Heul nicht rum. Heul nicht rum, Mann. Ist der Joker tot? Geh mir sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Geh, lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zum Reiz und befasst. Wieso bist du so gemein? Überraschung! Bist auf den alten, kranker Joker-Witz reingefallen, Batman. Schläg, Mann. Nächster Schlag, Mann. Na, das war doch klar. So, Katze, du gehst mal hier drauf. Schreiz, schnitt. Klingt, als würde der Detektiv den Joker eine Weile beschäftigt halten. Gut. Dann hat das Kätzchen mehr Zeit zum Spielen. Spielen wir jetzt mit Cillia. Helfe ich der großen, starken Sahneschnitte oder helfe ich mir selbst, indem ich mir alles nehme, was Professor Strange in seinem Tresorraum hat? Hm. Ich weiß. Keine leichte Wahl, was? Hm. Was werde ich tun? Crocs suchen und dazu bringen, ein Loch in den Tresorraum zu schlagen? Pinguin um etwas Sprengstoff bitten? Nein, zu stillos. Ich bevorzuge es, solchen Dingen eine weibliche Note zu geben. Ah, Poison Ivy. Ich komm dich jetzt holen. Och, Katze. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen hab ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Oh, jetzt hab ich hier ne Katze auf der Schulter. Das kann doch nicht... Ist doch nicht deren Ernst. Katze. Und die hat meinen Timer gestoppt. Nee, hat sie nicht. Ah, Katze. Wo muss ich hin? Da hinten ist, Selinas. Katze, du machst hier nur Lärm. Geh doch mal ab. Warte, komm mal jetzt. Jetzt ist es aber hier. Komm mal her. Komm. Komm mal her, Katze. Komm. Komm mal her. So, nein, du gehst jetzt mal runter. Ich muss jetzt hier aufnehmen. So. Meine Güte, Katze. Immer das Gleiche. Was muss ich jetzt machen? Ich muss Poison Ivy da rausholen. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Weil ich muss erst den Tresorraum einbringen. Berge die Ausrüstung aus Catwomans Versteck. Das kriegen wir hin. Würde ich mir behaupten. Das kriegen wir doch hin. Catwoman. Ach cool, ey. Jetzt können wir mit Catwoman spielen. Die, 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 die. Ah, wie geil. Ne. Voll Assassin's Creed mäßig. Sehr cool. Catwoman läuft alleine schon. Guck mal her, mit Katzensicht. Ja, aber was will man denn mehr? hallo ich versuche nicht mich der mauer zu nähern ach das cool ist das cool ist das cool ist warum sind da hinten auf einmal die waren aber für ihn noch nicht da ne sprung ja wissen wir alter selina seit wann kannst du denn solche moves ein gar nicht gewusst hat die so was kann die gute alte so wo muss ich denn hin wo muss ich denn hin ich muss noch ein bisschen weiter in die richtung ist aber jemand gesehen ich zum beispiel habe gesehen also als batman und warum ist selina kiles apartment irgendwo hier in der stadt in arkham island aber cool dass die nicht überall so hin schweben kann wie die batman war es wird ja auch keinen sinn machen es hängt total cool ist die ich will die ganze zeit nur mit catwoman spielen viel besser als batman hat viel mehr bock die habe ich letztes mal schon erledigt ach komm krän wo ist jetzt jeder appartement für geile sie muss jetzt schon mal episch gut ich bin quasi fast da wie sollen wir denn überhaupt rausfinden wo sie leben du fehlst meinte es sei hier irgendwo in der nähe na und woher will er das wissen was fragst du mich dass ich stelle seine entscheidung nicht in frage das solltest du auch nicht tun ach wie geil ich weiß ich weiß wieso ist der auf einmal so verdammt angepisst wie geil ist das denn man geht ab wie saumann eigentlich wie eine katze er nicht wie eine sau komm her aua warte lt lt ist hier ne ne das ist die lt hier ist lt ha und tschüss aua köblemo haha und tschüss aua das tut weh tötet die die oder sind sie nur bewusstlos sieht man nicht oh da ist ein kätzchen diebesvision ah guck mal da ist ein kätzchen oh guck mal da ist ein kätzchen und da kann ich das da sind ganz viele katzen das hier ist schön zu hause zu sein das ist alles voller katzen äh was das ist alles was du machst fußnagel antipersonenwaffe ah ja wenn das mal nicht fies ist und bolas ah ja ok selina zeit ivy zu suchen hoffentlich hat sie mir verziehen natürlich hat sie das die weiß gar nicht was nachtragend heißt ich brich in ja was da hinten ist das ok gut das werden wir tun aber das tun wir erst in der nächsten aufnahme ja in der nächsten aufnahme nee das könnte sogar schon diese folge noch sein also wir sehen uns eigentlich glaube ich gleich wieder ich ach wirst du da was scheiß drauf komm ich kack weißt du was egal ich äh ich mach einfach noch ein bisschen weiter ich hab gerade voll Bock da drauf muss ich denn hin in die Richtung vorgegebenen stellenverladung sie werden regelmäßig nahrungsmittel abgeworfen ha die abwürfe erfolgen zu bestimmten Zeiten und ausschließlich an diesen Stellen die Gefahren nennen sie sie selbst für eine gerechte Verteilung verantwortlich nice ah guck mal der Riddler Trophäe warum war die rot das ist auch keiner ne warum kommen bei der Selina trotzdem dann Fledermäuse das müssten eigentlich ja dann andere Sachen sein das wäre viel cooler Gotham Casino da sehe ich schon wieder Efeu das ist schon wieder kein gutes Zeichen äh achso Kegwoman sie ist hier ich bin hier ja Sprungangriff oh das sind einige kriege ich aber huah komm her Junge huah du wirst hier sterben ja ha das sehe ich aber anders man deswegen lasst ihr mir auch so viel Zeit meine Kombos auszuführen bam alter wie die abgeht alte Katze okay das waren jetzt zwei auf einmal das war unfair will man nicht denn ich werde euch vorher fertig machen gute Moves drauf das gibt's ja gar nicht die Selina ey ihr hattet echt drauf muss man ja mal sagen und Kablamo damit er nicht alles rausfällt ist mir immer noch ein Rätsel hier wenn ich mir dazu angucke aber na gut lass das mal so ich lass das mal so stehen ich will mal nicht so sein die Entwickler mussten ja ist das ein Pool der ist aber zu ach der ist zugefroren der Pool okay ich wollte schon sagen vor allem wenn es so kalt ist wie kann Selina dann also da ist definitiv ja da ist auf alle Fälle Ivy der soll da auch sonst sein hallo hallo ich hab doch gerade hingeguckt ich konnte doch gerade noch hoch springen jetzt 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 kann ich hm wir kommen jetzt nach oben am besten so ne die Außenmauer ist Sperrgebiet die Außenmauer ist Sperrgebiet ah ja das gibt's da das ist der Delfin Club da geht's zu Ivy zur guten Alten unsere gute Freundin Ivy sieht die immer noch genauso aus wie im alten im letzten Teil ich bin mir ich bin nicht sicher ich bin gespannt Diebesvision Na was haben wir denn da Feines seltsame völlig fehlplatzierte Pflanzen check willenlose hypnotisierte Handlanger check der ach so subtile Duft faulender Kürbisse check sieht aus als hätte ich den Eingang zur Ivys Höhle gefunden hm das kann ich ja auch was für geiler Move ey wie kalt die läuft in der Katze Haltung ja komm die kriegen wir doch was war das jetzt bist du ludertot sie ist hier ich sollte mich verdrücken wo ist der da hinten ist er wie geil die am Kopf klettern kann das ist total cool Leute bewegt eure Ärsche her sofort hier ist keiner der seine Ärsche her bewegen kann du Nase und komm her ja wie kann wird das denn alter was ist die für geile Moves drauf die ist ja mega die coolste geil bitte Catwoman ist okay ich will eigentlich ich will nur noch mit Catwoman spielen alles andere ist mir egal ich will nur noch mit Catwoman spielen bitte die anderen möchte ich gar nicht mehr haben also ich will nicht mehr mit Batman die ist viel cooler die geht ja sowas von ab so habe ich eigentlich irgendwas hier Neues jetzt zum angucken oder so mal ach da ist doch Ivy ach die sieht immer noch genauso aus die gute alte unsere Pamela Pamela Lilian Eisley ja 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 die ist cool die ist cool die hat immer noch genauso wenig an wie vorher aber gut gehen wir mal hier rein wir kommen denn da rein achso alle Gefahrenen werden in regelmäßigen Abständen psychologischen Untersuchungen unterzogen Widerstand dagegen wird nicht toleriert Stufenanstieg geil mit Catwoman was können wir da machen ich könnte natürlich jetzt theoretisch Batman aufpimpen mit äh total unsinnig ups da wollte ich gar nicht hin hier wollte ich auch nicht hin hier wollte ich hin Wayne Tech ähm was könnte ich jetzt machen ich könnte Catwoman aufbessern die Bolas die habe ich bereits die muss ich mal benutzen die Fußnageln auch Spezialkombo Peitschenfeger Kampfpanzer sichere Kugeln ich weiß nicht wie viel ich mit Catwoman spiele komm wir machen mal hier kugelsichere Westen das kann nicht schaden das wird schon alles gut sein da sind wir schon und dann wollen wir da rein